Und was war da los mit dem Torhüter? Schauen Sie noch mal. Verlahn, da ist der noch. Und dann? Was macht er? Der war ganz leicht von Mokoena abgefälscht und daher vielleicht nicht wirklich gut zu berechnen für Kune, der aber schon ein Stückchen heraußen steht. 1000-Kunden-Schuss, nennt man so etwas. Oh, der war leicht abgefälscht, senkt sich dann unter die Latte, hat glaube ich das Metall auch noch berührt.